Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar heute gibt es einen neuen epischen Brawler, Leute, und den kaufe ich mit euch. Also bleibt dran und wie immer am Anfang von jedem Video werde ich jetzt mal eine Person grüßen, und zwar den Jaden Finn. Kannst du mich im nächsten Video grüßen? Ich versuche jetzt fast jedes Video. Auf jeden Fall, wenn du es siehst, sei gegrüßt. Wenn du vielleicht im nächsten Video begrüßt werden willst, dann schreibst du es auch unten in die Kommentare. Und wenn ihr etwas glückt, bist du vielleicht im nächsten Video. Und das gleiche gilt natürlich auch bei Videovorschlägen. Wenn ihr welche habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Und wenn ihr etwas glückt, seid ihr vielleicht im nächsten Video. Wenn die Videovorschläge gut sind und ich sie dementsprechend verwende. So, auf jeden Fall, wir sind drin, wie ihr sehen könnt. Ich würde sagen, ich lade erstmal ein paar Juwelen auf. Hier, das Paket nehmen wir mal. Und Start, klar. Und bam, bam. So, auf jeden Fall, jetzt können wir ihn kaufen. Zuerst hier gratis, das fordern wir natürlich ein. Und hier haben wir jetzt den epischen Brawler. Und, oh mein Gott, das ist die Pam. Das sehe ich jetzt schon. Auf jeden Fall richtig nice, oh mein Gott. Jetzt schauen wir mal kurz, wie viele Brawler ich habe. Okay, 15 von 26. Das ist schon mal mega nice. Hier haben wir die Pam. Ich würde sagen, wir quatschen, wir spielen direkt. Und wenn ihr auf jeden Fall wollt, dass ihr vielleicht mal im nächsten Video mal iTunes-Karten oder App-Store-Karten verlost, dann schreibt es auch unten in die Kommentare. Und gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. So, Showdown natürlich ausgewählt. So, Leute. Und go, go. Ich bin so gehypt auf jeden Fall. Die Pam hätte ich nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. So, so. Jetzt würde ich sagen, wir rasieren hier auf jeden Fall. Erster Platz, easy going. Bam, 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 bam. So. Ich würde sagen, erster Platz ist auf jeden Fall drin. Also sind auf jeden Fall nur Noobs drin. Wie erwähnt, ihr könnt natürlich auch in die Kommentare schreiben, ob ihr im nächsten Video begrüßen wollt. Und dann werdet ihr auf jeden Fall vielleicht auch ausgewählt. Die Chance ist eigentlich relativ hoch. Nach und nach wird, glaube ich, jeder mal drangenommen. Nohomo natürlich. So, oah, hier der Kult. Der will mich holen. Und, danke schön, Kult. Danke schön dafür erst mal. Wisst ihr, was kommt? Den holen wir mal, das Arschloch. Äh? Wo haben wir? Ah, hier. Okay. Der hat den Braten gerochen. Oha, da kommt noch einer. Oh nein, nein, nein. Das war es jetzt komplett. Das war es jetzt komplett. Hier, komm. Oh mein Gott. Besser weg, besser weg, besser weg. Ein bisschen heilen, Leute. Ihr wisst, wie es läuft. Heilen ist immer gut. So, gleich haben wir auch die Ultium-Stüssel. Hier, komm. Und. Okay. Komm, komm. Nein, nein, nein. Nein, nein. Und, oh mein Gott. Der Kill war nicht von mir. Der Kill war nicht von mir. Oh mein Gott. Oh nein, nein. Okay, okay, okay. Besser. Und jetzt bin ich tot. Das war es komplett. Suizid, meine Freunde. Suizid. Das war bitter, Leute. Oh shit, das war jetzt wirklich schlecht. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass ich es so grottig abschneide. Das Ding ist noch und Magenverdoppel. Natürlich haben wir hier eine Box, die wir öffnen können. Wir schauen mal. Oh ja. Komm, die öffnen wir mal direkt. Vielleicht haben wir was Nices drin. Okay, ich sehe es auch schon direkt. Ein Bonus. Natürlich nichts, Leute. Nichts. Neue Ereignisse. So, die gönnt man sich. Oha, Event endet in 10 Stunden. So, hier ein bisschen höherer Einsatz. Ups. So, und spielen. In 10 Stunden auf jeden Fall. Morgen wäre das Event zu Ende gewesen. Gott sei Dank kann ich es nochmal wahrnehmen. Mit der Pam auf jeden Fall direkt. Wo versteckt er sich? Ja, da hinten haben wir ihn. Hier, hier. Oh mein Gott. Oh shit, ich bin gleich direkt tot. Ich wollte gerade abhauen. Da habe ich direkt gestorben. Da bin ich direkt gestorben, natürlich. Hä, leckt das bei Ihnen oder war was los? Alles klar. So. Das Event ist aber mega nice. Hier diesen XXL-Cult auf jeden Fall. Und. Ich bin gleich sowieso wieder tot. Oh mein Gott, wir müssen ihn echt mal killen, ey. Die Zeit läuft, meine Freunde. Ich bin auch hier direkt tot. Der hat die Ulti am Stüssel. Der hat die Ulti. Oh mein Gott, wir sind so lahmarschig einfach. Und schon wieder tot, ey. So langsam müsste der auch sterben. Es wird Zeit. Komm, 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 jetzt holen wir den. Der hat noch 62 Prozent, der Arsch. Oh man. Ich dachte gerade, der wäre das einfach Kapper. So, jetzt versteckt er sich. Komm, den holen wir jetzt. Oh mein Gott, es leckt einfach bei Ihnen. Oh mein Gott, das ist meine Chance. Es leckt einfach bei Ihnen, wie man sehen kann. Der macht hier gar nichts. Oh mein Gott, die Ulti bringt Zero. Zero, Zero, Zero. Und. Oh mein Gott, jetzt nicht mehr. Und. Oh shit. Oh shit. Okay. So. Und. Gleich haben wir ihn. Und 2 Prozent. Oh nee, 2 Prozent. Was für 2 Prozent? Ich habe falsch geguckt. Ich Esel. 20 Prozent natürlich. Oh mein Gott. So, jetzt holen wir ihn. Komm, komm, komm. 11 Prozent noch. 11 Prozent. Komm, komm, komm. 5, 4 Prozent. 3 Prozent. Komm, komm, komm. Und. Oh mein Gott, schade. Gestorben. Ich wollte ihn gerade kill. 0 Prozent. Und wir haben es geschafft natürlich. Nach 1 Minute 55. Also. Hätte auf jeden Fall besser laufen können, ey. Und der Markenverdoppler. Wir können. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann einfach 8 Boxen öffnen. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt einfach mal. Nichts, nichts, nichts. Okay. 3 Juwelen. Das ist schon mal nice. Auch nichts. Okay. Oh nix. Wisst ihr was? Ich spiele gleich direkt noch eine Runde. Natürlich wieder höherer Einsatz. Was habe ich zu verlieren? Gar nichts, meine Freunde. Gar nichts. Und oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe einfach die Bibi freigeschaltet. Krank. Einfach krank. Einfach die Bibi drin gehabt. Oh mein Gott. Einfach die Bibi gehabt. So. Jetzt natürlich höherer Einsatz. Okay. Kann ich gar nicht. Ich muss noch welche kaufen. So. Leute. Ein bisschen was gekauft. Und. Jetzt geht es los, meine Freunde. Einfach mal die Bibi freigeschaltet. Das ist krank. So. Go. Oh. Jetzt haben wir hier eine Piper am Start. Piper. Hasse ich. Schreibt mal hier jetzt euren Brawler an. die Kommentare, wen ihr am meisten hasst. Also bei mir ist es wie gesagt die Piper. Ähm. Ja. Wo versteckt sie sich? Oh mein Gott. Was mache ich hier einfach? Was mache ich hier, meine Freunde? Hier haben wir die Piper. Jetzt wird die direkt gesandwiched. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Jetzt wird sie hier richtig in die Mangel genommen. So dicht wie sie sind. Hier. Da hat sie gar keinen Schwung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Die wird ja richtig rasiert hier gerade. Und. Tod natürlich. Okay. Das ging jetzt wirklich sehr, sehr schnell. Dass sie hier tot ist. Okay. Jetzt holen wir uns hier die Piper. Ich glaube, diese Runde wird sehr, sehr schnell gehen. Weil wir haben jetzt schon 55 Prozent, Leute. Oh mein Gott. Da oben versteckt sie sich einfach. Der Brawl wird sehr, sehr schnell zu Ende gehen. Würde ich mal tippen? Ich tippe. Ähm. Boah. Schwer zu sagen. Jetzt haben wir 57 Sekunden. Wisst ihr was? Ich heile mal kurz. Ich tippe. Wir werden das schaffen in... Eine Stunde. Eine Minute 20 tippe ich. Okay. Das wird knapp. Das wird jetzt wirklich knapp. Da muss schon was passieren. Oha. Hier ist sie. Ah, hier. Und. Eine Minute 20. Okay. Das schaffe ich. Das schaffen wir easy nicht. Das sehe ich jetzt schon kommen. Eine Minute 20 ist zu knapp. Und. Oh mein Gott. Jetzt so die Ulti am Stüssel. Wenn ich treffen würde. Eine Minute. Oh. Nee. Das schaffe ich gar nicht, ey. Und ich tippe hier eine Minute 20. Und. Eine Minute 31. Sie um 11 Sekunden. Verschätzt, Leute. Okay. Und ein Bonus. Okay. Mh, mh, mh. Noch mehr. Und. Oh mein Gott. Einfach schon wieder. Den Karl am Start. Ey. Ist das krank. Den muss ich auch direkt anspielen. Das ist echt heftig, ey. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. So viele Brawler, meine Freunde. Das ist krank. Heftig, heftig. Und. 12 Uwe. Oh mein Gott. Und. Oh mein Gott. Markenverdoppler. Das ist echt heftig. So, Leute. Jetzt spiele ich direkt den Karl und die Bibi. Erstmal spiele ich mir den Karl eine Runde. Oh man. Das ist mega nice, meine Freunde. Dieses Event werde ich erstmal spielen mit den Karl. Und danach bleibt dran. Ich werde auf jeden Fall die Bibi anspielen. Das freut mich natürlich. Direkt zwei neue Brawler erwischt. Jetzt müsste ich 17 Stück auf diesen Account haben. Oh mein Gott. Holy Shit. Ich bin's einfach. Ja moin. Ich bin's einfach. Ich werde so schnell tot sein. Oh mein Gott. Ich sehe es schon kommen. Die werden mich direkt holen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt bloß abhauen. Oh mein Gott. Die werden mich richtig rasieren. Das geht nicht lang. Ich hoffe, ich überlebe eine Sekunde. Äh, eine Sekunde. Lol. Die habe ich ja schon geschafft. Eine Minute 20 würde ich mal hoffen. I hope, Leute. I hope. Wenn ich hier wenigstens zielen könnte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt werde ich die hier rasieren. Und bam. Erstmal hier alle rasieren hier. Oh mein Gott. Besser weg. Und die sind direkt respawned. Oh Mist. Oh mein Gott, Leute. Meint ihr, ich schaffe einen Minute... Mein Ziel ist 1 Minute 31. Das wäre nice, wenn ich das auch immer schaffe. Und jetzt werde ich hier direkt wieder rasieren. Oh mein Gott. Okay. Ich finde, meine Chancen stehen recht gut bisher. Also ich kann bisher recht gut flüchten hier. Oh Mann. Oh Mann, meine Freunde. Das ist... Leute. 1 Minute 15 schon. Jetzt komm. Jetzt rasiere ich hier richtig. Und bam. Schon wieder welche rasiert. Krank, Leute. Also ich würde sagen... Oh mein Gott. Ich schlag mich echt wirklich gut, finde ich. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr meint. Also ich finde, bisher... Schlage ich mich relativ gut. Wir sind gerade 1 Minute 37 schon. Die anderen haben nicht so lange durchgehalten, wie ich jetzt. Und... Bam. Hier wieder rasiert. Oh mein Gott. Schon 1 Minute 47. Das wäre eine wirklich gute Runde eigentlich. Oh mein Gott. So langsam geht es zugrunde. Okay. Das war es auch gleich schon, würde ich sagen. Oh mein Gott. Schon 2 Minuten 1. Okay. Okay. Das war es jetzt komplett. Und tot. 2 Minuten 5. Oh mein Gott, Leute. Das war krass. Und bam. Ich kann natürlich jetzt wieder neue Boxen öffnen. Und zwar 7 Stück sogar. Oha. Wir schauen mal. Okay. Okay. 4 Stück haben wir noch. Okay. Und 2 Stück noch. Und die letzte. Okay. War leider kein Brawler drin. Jetzt werde ich auf jeden Fall die Bibi anspielen. Bei Showdown werde ich sie spielen. Und Solo natürlich. Und los geht's, meine Freunde. Gebt auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen nach oben, wenn es euch jetzt schon gefallen hat. Oh mein Gott. Ich habe einfach so Luck in dieser Runde. Beziehungsweise in dieser Folge. Na, ich würde sagen, Top 3 ist hier drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gleich bin ich direkt tot. Direkt tot. Und die wissen es natürlich auch. Oh shit. Und los. Die holen wir uns jetzt hier. Oh shit. Jetzt habe ich hier Glück. Meine Backe juckt sogar hier. Komm, den holen wir. Und bam. Nice, Leute. Nice. Mal kurz heilen. Jetzt juckt hier die Nase. Ey. Was ist denn los? So, Leute. Die Runde geht schnell, würde ich sagen. Ähm. Ja, ich weiß auch schon. Und den hier holen wir uns jetzt. Komm, komm. Oh Mann. Der ist einfach zu schnell. Oh mein Gott. Der hat die Ulti einfach geused. Und. Okay, der haut jetzt ab hier. Schlau von ihm. Gleich haben wir ihn. Da müsste der jetzt stehen. Und hier. Und oh mein Gott. Ich bin einfach tot, Leute. Dritter Platz. Okay, das ist aber schon mega nice. Schon 17 von 26 Brawler einfach mal. So, Leute. Auf jeden Fall, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt ihr meine Prositiv-Werte. Und abonniert diesen Kanal kostenlos. Hier könnt ihr auf jeden Fall jetzt den Kanal abonnieren. Und dort drunter könnt ihr das letzte Video abchecken. Richtig nice geworden. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.